50 Flak schießt immer noch, und zwar in westliche Richtung, hoch Links da, ich flieg jetzt mit 1,3 Leistung Naja komisch, komm an die Mustern ran Dann schießt du um Links da, ich hab zwei Kontakte unter uns 3 Uhr tief Jetzt Hallo 20 oder sowas Flak geht wieder Ja, wir gehen mal mit runter und schießt unter uns Unter uns, bitte folgen, Leistung raus Bin an euch dran Empest, glaub ich, hab ich unter mir Achtung, nicht so schnell werden Bin durch Tempest Hast du gesehen? Ja, ja, aber ich werde zu schnell Ich muss rausziehen Alles klar Oh, schwarz gezogen Ja, du darfst nicht so sehr ziehen, bis du schwarz wirst Das geht so fix Immer noch schwarz, immer noch schwarz Okay, bin wieder da Mach volle Leistung rein Und geh erstmal Temp, jemand hat 6 von der Tempest Ja, könnte ich sagen Ja, ich auch, bin hart Rolf Bin ich? Die wir ja noch Lisa Alle beide Lisa Hot Lisa jetzt Egal wer Hot Lisa Ja, mach ich Ist ne Messerschmitt Ist ne Messerschmitt Schade Ich hab aber auch gleichzeitig ne Tempest dran Geh hoch zu der Tempest Schießt du gerade, Bidu? Ja Gute Treffer asa Abschluss Er muss weg sein Victor, ja Der geht runter W lap Alibano, wo bist du ? Flak geht einfach Dime Ja, die ist im Norden der Geren der im Norden Gehl kann das sein kann nicht auf der Karte gucken denkt noch zu dir schießt ich bin genau an Gehl vorbei jetzt geflogen Kurs Ost auf Deck also wirklich zugegeben über Rolfi dort nach Süden wir wollen zum Kanal wieder wir drücken an Dings da ich hab dich seh dich nicht zum Kanal hinfliegen zum Kanal Richtung Gehlen die große Stadt im Norden von der Flakstellung weg nach Norden ich glaub ich hab Libanu gesehen also da kriegt er noch Feuer ja es bin ich ja ja weiter nach Süden ich komm von Süden auf aber dann versuch mal reinzustürfen ich hab den jetzt schon seit 1-2 Minuten ja ja wir kommen wir kommen wir kommen wir kämen alles glaub du bist frei jetzt nein der hängt noch weiter 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 Libanu weiter ich kämpfe frei danke ich mach Höhe warte 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 ich ich glaub da komm wieder rein machen 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 hat mich ausgetrickst machen 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 oh ja scheiße das war dicht aber er hat nicht getroffen ja ja ich komm ich komm ich komm tief nach oben macht eine Rolle über dir die Rolle bringt noch nix bin ich noch nicht frei ich weiß ich hätte ihn viel eher kriegen müssen Mist alles gut hängt noch hängt noch hängt noch noch ist alles gut Biest Gieß auch mal ein paar rein ich weiße Baume mach weiter mach weiter mach weiter oh da sind die Einschläge rechts und links neben mir oh Urlaub beschädigt das warst du oh scheiße ich bin in deine Gabe reingeflogen das war ein gelber Tracer danke ich hau ab nach Osten das war ärgerlich schade wie du aber gut dafür können wir jetzt nix du hast es gut gemeint hab ihn getroffen jawoll Dingsda siehst du mich schießen echt hinüber danke wie du danke gut gemacht Dingsda ich bin fast leer du bist noch ein paar kleine ja ich hab auch keine Sicht mehr auf dich okay abfliegen nach Hause Dingsda alleine wird das nix äh gegen Kurs wir sind 2 6 0 geflogen gegen Kurs halten fliegen Motor steht ich muss noch landen das schaffe ich sorry LeBano den hätte ich ungefähr 10 Sekunden eher haben müssen jo macht nix ich bin äh 18 11 trotzdem danke es hat Spaß gemacht es war sehr aufregungsreich ja aber das war blöd ich dann deine Gabe reingeflogen ich hab nur noch gelbe Tracer gesehen wie du voll auf eigen aber da kann man nix machen das ist halt blöd du hast es ja gut gemeint und hätte ja auch gut klappen können die hätte schon treffen müssen die ist an den Baumspitzen hängen geblieben oben da musst du tief rum ui das war ne harte Landung aber ich hab's überlebt gut LeBano Kongo ja 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 ja